Hallo Motorsportfreunde, ich möchte euch heute hier schnell einmal ein paar Bilder zeigen von einer Simson GS 125. Das Motorrad ist Baujahr 1980, hat eine Leistung von 30 PS und 125 Kubik. Es handelt sich dabei um ein Originalmotorrad, was auch bei der Enduro Weltmeisterschaft verwendet wurde. Seht euch einfach die Bilder an, es handelt sich diesmal um keinen Nachbau. Und wenn ihr euch die Bilder etwas genauer ansehen wollt, drückt einfach die Pause-Taste und zoomt es euch heran. Sorry für die schlechte Qualität, aber der Raum war etwas dunkel. Und viel Spaß beim Ansehen der Bilder. Ich bin der Weltmeister. Ich bin der Weltmeister. Ich bin der Weltmeister.